Guten Tag Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein Plugin bzw. habe ich mal wieder etwas hochgeladen. Und zwar ein Plugin, das nennt sich Colored Chat und ich kann mal wieder wie immer kein Englisch. Und ja, in diesem Plugin könnt ihr einen einzigen Command benutzen, das ist gleich Color. Und unten sind die Permissions und Verzeihung. Ich nehme mir gerade wieder zu unmöglichsten Zeiten auf. Das verquatsche ich mir auch so gerne. Und ja, das ist halt dazu da, dass ihr Chatfarben anschalten könnt. Dann schreibt ihr steinermäßig in denen wie mit Slash B auf Griefer Games. So, dazu habe ich mal vorbereitet. Wenn ihr es haben wolltet, klickt ihr auf Download Now und ladet es halt runter. Ich habe mich hier mal vorbereitet. Das habe ich hier schon in Reihe auf. Das war Color Chat. Dann starten wir den Server hier mal gerade. Das läuft wie immer auf 1.7. Ich schiebe das hier mal kurz rüber. Und ja, dann werden wir jetzt kurz mal warten, bis das Plugin geladen ist. Wenn ihr es denn bitte laden möchtet, bitte. Jetzt. Sorry, mein PC ist gerade nicht der schnellste und dann noch mit der Aufnahme, da passt es alles nicht so genau. Und ja, warten wir unter Color Plugin geladen. Dann nimmt man da Slash Color. Dann habt ihr hier so ein schönes Menü. Jetzt könnt ihr zum Beispiel die Farbe Grün wählen. Und jetzt schreibt ihr alles, was ihr im Chat schreibt, schreibt jetzt halt in grün. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel auch alles in dunkelrot schreiben. Und jetzt schreibe ich, hey, alles in dunkelrot. Oder wir nehmen mal, keine Ahnung, blau. Hey, und jetzt schreibe ich alles in blau. Und ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte des Plugins. Ihr könnt natürlich das Ganze auch wieder abschalten, indem ihr entfernt klickt und schreibt die wieder ganz normal. Der von euch voreingestellten Chatfarbe, ihr könnt natürlich auch, was ich ganz cool finde, ist eigentlich ganz, das war hey. Das war das Gold, finde ich, passt für einen Admin vielleicht ganz gut. Und ja, also das ist schon das ganze Plugin. Keine große Kunst. Und ja, dann hoffe ich, euch gefällt das Plugin und ihr habt Spaß damit. Dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann ihr auch immer das Video guckt. Und da unten ist unten in der Videobeschreibung. Und ciao.